es geht nicht weiter verdammt ja ist klar der doch noch her oder mein gott da bleibt da wo du bist geht das genau gut los heute ja 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 ist gut ja 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 ich habe mich eigentlich ja sehr gerne mal sparen ja 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 super und ich komme doch nicht hoch oder was jetzt hilf mir bitte gleich geht es besser so wir waren schon so weit durch ich das ist die früheste seffo stätte die wir bis jetzt entdeckt haben trotz bedenken kann ich das morganow gewölbe nicht aus meinen gedanken vertreiben seine visionen formen den weg einer ganzen kultur ich muss verstehen ja 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 Ich bin im Graf. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist... Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. So. Hier müssen wir langt. Hast du das gesehen? Mhm. Ich danke dir. Ah ja, ist gut. So, es wäre ja nicht so, dass wir jetzt sind wir schon die Wahn. Guck mal, die Sackreisviecher. So, nein, probieren wir uns jetzt halt nochmal. Ich weiß nicht. Ja. Da war es. Das war's. Nicht nur der Wind sieht die Klappe, die Stimme. Und früher? Bitte mal. Wo müssen wir da hin? Da. Mal das Ding zumachen. So. Hm. So. Hm. Ich hatte es doch letztes Mal schon drin. Das ist das Problem. Ich wusste schon was Sachen ist da drunter, aber... ... ... ... Jawohl. So, hier waren wir stehen geblieben. Wir fanden Rituale sehr sehr vor statt. Wir haben hier Machtnutzer trainiert. So. Geheimnis entdeckt. Okay. ... 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 Okay. Ich weiß ja hinten, wie da ein Übergang ist. Ein Training oder was? Ja, das könnte eine Idee sein. Nein! Okay, die Idee war tatsächlich genau richtig. Aber jetzt müssen wir es noch umsetzen. Nein! Oh, fall doch nicht runter. Jawohl. So. Okay. Jetzt wollen wir gerade mal ein bisschen Wind um die Sache hier machen. Mit Verleihung. So. Ich hole das Ding mal wieder aus hier. Warum auch immer du dich da nicht festhältst. Ja, was er jetzt so sieht. Oh, da unten ist das. Gott sei Dank. Was war das denn? Was für hell ist das? Ein Grabwächer. Mit Hirnschen. Wir müssen dagegen schlagen. Ich will das. Ja. Ja, ja. 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 Du kannst du jetzt nicht etwas mehr zu tun? Ja. ok der hätte war tatsächlich was ich dachte da kann man nicht hoch da kann man nicht hoch da kann man gar nicht weiter ich würde noch gar nicht weiter ja 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 ist das irgendwas was ich machen muss so will er gar nicht warum auch nicht schrub ja 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 Ich komme gerade irgendwie gar nicht weiter. Vielleicht vergesse ich irgendwas, habe ich irgendwas nicht gemacht? Ich komme gerade mit dem Schrauben. ich bin zu früh oder was? Machen wir zu das Ding. Ich komme gerade nicht weiter. Gefällt mir gerade nicht. Ich komme gerade nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.